Ihr seid meine Nichte, die verstorben ist, zünde ich bei Lesungen, wo ich dabei bin, immer eine Gerze an. Ich hoffe, das ist okay. Für Sie und all die anderen, wo immer ihr seid. Ich lese den Text aus dem Buch, das Stil, sie vorhin gezeigt hat. Es lohnt diese Feststellung. 2.000 Euro im Monat für alle. Die Wolken ziehen langsam von rechts nach links, weißbauschig, graublau und stellenweise sehr regenbereit. Der Rabe kommt kurz zur Inspektion zum dummen Geschirrl, das ich mit einigen Stücken Frankfurter gefügt habe zur Feier des Tages, weil es mir so weit gut geht und die Erde noch existiert und überhaupt alles. Und was ist das? Die Unendlichkeit und das Nichts. Ewig wird am längsten oder so. Unterhalten tun wir sich dann später vielleicht wieder ein bisschen. Go French Boots. Gra, gra, gra und gra, ah, ja. 2.000 Euro im Monat für alle. Und nehmt mehr als 5.000 und dann schauen wir mal. Beim Schnäuzen und Husten kommt jetzt auch schon ein bisschen ein Material mit. Das ist ein gutes Zeichen. Einige Tage Bettruhe waren vonnöten, um die diesmalige Schnupfenhusten, Heiserkeit, Gaudi, wieder loszuwerden. Zwar noch nicht ganz wieder, aber es wird schon, gell? Oder wie siehst du das? Du weißt, dass ich es genauso sehe wie du. Ja, eh, aber es tut gut, hier und da lautstark eine Unterstützung zu bemerken, weißt? Ja, du weißt, dass ich weißt. 2.000 Euro im Monat für alle. Und nehmt mehr als 5.000 und dann schauen wir mal. Vorhin beim Spar wieder einmal ein bisschen mehr Gerstl ausgegeben, hat mir auch eine große Packung Obermaltine wieder einmal geleistet, immerhin über 8 Euro. Aber das Honorar von der Lesung gestern im Ammerlinghaus, das jetzt doch wieder weiter halbwegs subventioniert wird, die Proteste hatten also Erfolg, was erfreulich ist. Wohnzimmertag 1 hat das fröhliche Wohnzimmer veranstaltet, das seit Jahren fleißig und brav tätige Duo Ilse Kilditsch und Fritz Wittalben. Viele Autorinnen und Autoren haben ihnen schon viel zu verdanken. Stimmt's oder habe ich recht? Gra, gra, gra. Oder, um dem Logo ihres Verlages gerecht zu werden, Grunz, Grunz, Grunz. Ein Besuch im Schweinchenmuseum, zugleich Glücksschweingalerie in der Florianigasse 54, lohnt sich immer und überall. Und die Lokale sollten selber entscheiden dürfen, ob sie ein Lokal sein wollen, wo geraucht oder wo nicht geraucht werden darf. 2.000 Euro im Monat für alle, mehr als 5.000 und dann schauen wir mal. Ob ich das eh aushalte, dass ich diesmal nicht dabei sei, aber immer können halt nicht alle, gibt sich Ilse besorgt. Derweil sie den anderen gern Belegexemplare überreicht. Es ist wieder einmal ein schönes Wohnzimmerbuch auf die Welt gekommen. 50 Gedichte, ja. Und ja, liebe Ilse, was hält uns eins nicht alles aus im Laufe der Jahre im Literaturbetrieb? Keine Angst, singe ich da sofort und leidenschaftlich mit Hansi Lang. Eine fetzige E-Gitarre war er denn nicht, bläht jetzt. Und auf alle Wände gehört es sowieso wieder einmal Gesprät. Und auf alle TV-Geräte auch, ja. Ha, das gefällt mir. Ja, und am Montag kommt ein A1-Techniker und tauscht meine A1-TV-Box aus. Die kaputte gegen eine funktionierende, falls es wen interessiert. Und dann werde ich doch auch die bislang teuerste WM schauen. Zum Glück protestiert zumindest das brasilianische Proletariat gegen diesen Geldverschleuderungsunsinn und ist nicht von vorneherein ganz auf Fußball und Grün-Gelb ausgerichtet diesmal. Übrigens werde ich 5 Euro auf Italien wetten, dass sie Weltmeister werden. Damals bei Griechenland und der EM habe ich es ja versäumt, obwohl ich kurz gezögert hatte, als ich zu Beginn der Spiele am Wettbüro in Ottakring vorbeigegangen war. 2.000 Euro im Monat für A1 und mehr als 5.000 und dann schauen wir mal. 5 Euro für ein Glas Wein oder Bier sei zu viel, habe ich lauthals von mir gegeben, nachdem ich mich in der Wohnung angenehm betrunken und dann in irgendeiner Bar weitergemacht hatte, weiter trinkend, lachend, das nächste Glas bestellend, immer mit dem Kommentar, dass 5 Euro zu viel seien, aber ich bekäme ja eh Nüsse und Chips dazu, meinte einer. Ja eh, gab ich lachend zurück, her damit und nachschenken, rapido, jubidu, salute und juhu, es war insgesamt ein netter Abend. 2.000 Euro im Monat für alle und mehr als 5.000 und dann schauen wir mal. Später saß ich dann noch ein bisschen auf der Piazza Navona herum beim berühmten Berlini-Brunnen und lauschte dem Gletschern, der fiel, den kleinen Wasserfälle und dem Gemurmel, rufen und lachen, der bis spät in die Nacht hinein als Touristinnen und Touristen und Händler und Schaukünstler und Musikerinnen und Musiker tätigen, in Scharen und Einzelnen vorüberziehenden, bevor ich mir dann noch beim Massimo ein Caroni-Bier und einen Pizza-Sandwich, Caldo, sie, genehmigte, Ciao, Bello, Guana, Lotte, Adomani, Adoppo quasi, 2.000 Euro, also, Freude, und ich habe mehr als 5.000 und dann schauen wir mal. Eine schöne Zeit lang in Rom, ein Literaturstipendium, wo du dich also in Ruhe deinen Arbeiten widmen kannst, eine Wohnung und ein Geld hast und auf die Küsse der Musen durchaus achten darfst, ja, sollst, ohne Genierer auf Du und Du mit der Poesie, genau, das macht das Gemüt ruhig und frei für die Kunst, die die Wirklichkeit ist in Wirklichkeit und die Wahrheit und die Klarheit, ähnlich wie beim Gehen auf Marmor, von der Sonne erwärmt, immer wieder innehalten und schauen und hören und weitergehen und zum Beispiel der große Platz beim Petersdom, Piazza di San Pietro, auf den du zugehst, der immer größer wird und du zugleich immer kleiner, staunend und lächelnd stehst du inmitten dieser monumentalen Säulen und den endlos großen Gebäuden, Antike und Gegenwart, jetzt ist immer, du atmest die Zeit, spürst sie endlos und still und laut und schrill und gib dich auf einmal das Hupen und Motorgeräusch der zahlreichen Busse, Autos, Motorinos, Rettungsserienen, Polizia, Mama Mia, Stop, Go, Via, Via und alle bei Grün und alle bei Rot und der einen Bettlerin, die lang ausgestreckt auf dem Gehsteig liegt, nur die Hände gefaltet, in die Höhe haltend, gibst du zwei Euro in den Plastikbecher, der vor ihr steht und sie hebt schnell den Kopf und drückt ihr ein Marienbildchen in die Hand Grazie, Grazie, sagt sie rechelnd und du auch ein bisschen überrascht, aber auch Grazie, Präger und dann, nach einigen Tagen, ist auf der Ponte Sant'Angelo sichtbar das Verbot für die fahrenden Händler, nur Männer, zum Großteil Schwarze, die tags zuvor noch die Gehsteige besetzt hielten mit ihren Waren, Kappen, Hüten, Bändern, Taschen, kleinen Skulpturen etc. Only one Euro, Mr., only one Euro, Special Price for you, take it, only one Euro. Anstatt der Händler zu beiden Seiten der Brücke, drei, vier Polizisten, freundlich, abbestimmt und unübersehbar, trotz der Massen, die fast pausenlos über diese Brücke gehen, der schönsten von Rom, wie es heißt, auf jeden Fall keine Autos. Am Abend stürzt eine Wespe herein in die Hütte, verfängt sich gleich in den Rollos, die ich hochschiebe und mit einem Blatt Papier wache ich sie wieder hinaus und mache dann gleich Tür und Fenster zu. Es hat auch wieder abgekühlt, kommt mir vor. Dann ist wieder nur das leise Brummen des Nahenkastels zu hören, in das ich konzentriert schaue. Schwarz auf Weiß hupfe ich wieder ein bisschen ins Traubenland. Und du? Ich auch. Schön. Draußen färbt sich langsam eine Wolkenbank in ein schmutziges, aber helles Violett. Der Horizont hinterm Schloss Wilhelminenberg ist eine Zeit lang leuchtend, fast blendend gelb. 2000 Euro im Monat für alle. Mehr als 5000 und dann schauen wir mal. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.